Hallo zusammen, willkommen in mein neues Video hier auf meinem YouTube-Channel. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem Video hier auf meinem YouTube-Channel. Heute machen wir so ein Storytime, wo ich euch erzähle, was für ein Kontext von Videos kommt, und wie ich den Walkdown finde, und was ist die glückliche Nachricht, die ich heute am Sonntag bekommen habe. Ich kann euch dazu noch mehr sagen, und außerdem probieren wir eine neue Sache, was ich heute im Geschäft gefunden habe. Wo es geht zum Frühspass dabei. Ja, erst mal zeige ich euch, was ich gefunden habe. Ich habe hier zwei neue Schokoladen gefunden, und zwar diese von Milka, der Dark Milk Reihe, Haselnutzeiter Apelmilchschokolade mit Extra Kakao, so sieht die Verpackung aus. Sie enthält 85 Gramm und hat ein Ablaufsdatum bis 07.03.2021. Die haben verschiedene Geschmack, es gibt einmal Karamell und einmal Kakaoblitter, die waren reduziert auf 99 Cent, und ja, so sieht dann die andere Schokolade aus. Sie hat auch 85 Gramm, aber dafür hat ein Ablaufsdatum bis 11.02.2021. Hier könnt ihr das Ablaufsdatum sehen. Ich habe die zwei Schokoladenhaut in einem Süßwarengeschäft gekauft, und gemeinsam probieren wir jetzt, wie die schmeckt. Ich bin mal gespannt, also so sieht sie von drin aus, hat keine flüssige Füllung, sondern hat trockene Himbeeren. Ich probiere jetzt. Ich probiere jetzt. Mhm. Schmeckt richtig gut. Ich finde sie ganz lecker. Ich finde sie ganz lecker. Und so das Himbeergeschmack finde ich ganz gut. Man kann sie hier so schön verschließen und behalten und sie einfach aufräumen. Und jetzt gucken wir, wie die Haselnusschokolade aussieht. Die hat Haselnussstückchen drin. Ich hoffe, dass wir das hier sehen können. Und so sieht die Schokolade aus. Jetzt probieren wir. Oh Gott. Sie ist viel besser, finde ich mal. Ja. Richtig lecker. Ich finde beide Schokoladen richtig lecker. Und ihr könnt euch entscheiden, welche Schokolade ihr probieren wollt. Ihr könnt diese Schokolade halt überall finden. Alle Supermärkte haben die, wie Lido, Penny und so weiter. Werde euch alle Supermärkte einfach mal unten in die Infobox schreiben. Und ja. Jetzt fangen wir mal an mit der Storytime. Also. Erstmal reden wir über die ganze Corona-Krise, was momentan ist. Ja. Es ist so, dass man momentan nur die FFP2 und einmal die medizinische Maske tragen darf. Und zwar egal wo, ob das in Supermarkt oder halt Bus und Bahn ist. Oder Arztpraxen. Und das muss man auch tragen. Und ja. Der Workdown ist halt bis zum 14. Februar. Also bis zum Valentistag verlängert. Und ja. Leider werden wir gar keine Schule haben. Das heißt. Bei Pimano Homeschooling. Bayern und Poland sollen die Abschluss quasi einmal Präsenzunterricht haben. Präsenzunterricht beziehungsweise sollen sie sich immer in Gruppen gehen, wechseln. Und ja. Alles andere bleibt zu. Alle Freizeitaktivitäten. Alle Geschäfte. Alle Elektrogeschäfte. Möbelgeschäfte. Kurmuttergeschäfte. Schulgeschäfte. Alles bleibt zu. Auch die Restaurante. Kaffee. Also auch Fitnessstudios und alle anderen Freizeitaktivitäten. Alles bleibt im Moment zu. Man weiß nicht wie lange. Aber so meiner Meinung nach ist es, dass der Workdown immer wieder verlängert wird. Also wahrscheinlich bis zu. Sagen wir. Ja. 29. März. Also bis Frühling am Anfang. Vermute ich mal. Oder halt bis zu Osternferien. Da bin ich nicht so sicher. Aber ungefähr so. Entweder bis 10. März. oder bis Mitte April. Wird dann der Workdown fertig. Ja. Ausgangssperre gibt es nur bei den Städten, wo der Inzidenzwert über 200 ist. Hier ist halt. Hier in Hagen ist es unter 200. Also um die 163, wie ich heute gesehen habe. Und ja. Im Moment ist es halt so. Wenn es bei mir beruflich geht, da habe ich ja immer Forschungsgespräche. Ich mache jetzt Probearbeit zwei Tage. Einmal Dienstag und Freitag. Ihr kriegt neue Videos von mir wie immer. Da müsst ihr keine Sorgen machen. Und ja. Das war jetzt über die Corona Krise. Was ich erzählen wollte. Und ansonsten bleibt ihr gesund. Und guckt ihr was eure Bundesländer halt, wo ihr wohnt beziehungsweise lebt, entschieden haben. Ja. Die Neuigkeit, was ich bekommen habe, ist halt von Amazon. Von Amazon EU. Ja. Ich habe mit ihnen quasi angefangen eine Kooperation zu haben. Aber das ist meine vermute erste oder zweite Kooperation zumindest. Und ja. Wie ihr bei den vorherigen zwei Videos gesehen habt. Ich habe da die Affinitelinks geschrieben. Das heißt. Ich mache halt Werbung über meine Lieblingssache. Egal ob es Pflege oder Make-up geht. Bei jedem Video, was ich halt jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag poste, schreibe ich immer meine Lieblingsprodukte. Die ich euch sehr empfehlen kann. Die ich euch sehr empfehlen kann. Wo ich auch sehr zufrieden bin. Und ja. Das ist die Neuigkeit, wenn es, ähm, was ich halt an, was ich halt letzte Woche Sonntag bekommen habe. Da freue ich mich sehr drüber. Ich war unheimlich glücklich. Ja. Wenn es um Kontext von Videos geht, da bekommt ihr immer interessante Videos von mir. da bleibt ihr einfach bereit. Werde euch nochmal überraschen. Kochvideos. Ich weiß nicht, ob die kommen werden. Da bin ich nicht so sicher. Weil ich halt noch keine richtigen Rezepte gefunden habe. Die, äh, die halt gesund sind. Wo, die auch gar keinen Zucker enthalten. Und ja. Aber ich suche mir immer wieder neue Rezepte. Falls ich, äh, welche finde. Werde euch auf jeden Fall dann, äh, ein Video drehen. Probieren wir wieder gemeinsam. Und, ja. So dazu für mein Konto. Und, äh, wie ich gesagt habe, die, äh, mein Wochenende endet nächste Woche Samstag. Und, ja. Wie ich gesehen habe, ist es so, dass, äh, meine Videos euch sehr gefallen haben. Vor allem die Morgen- und Abendroutine. Als auch die Kochvideos. Ja. Wenn am meisten, äh, Anrufe bekommen. Aber auch alle anderen Videos. Ja. Und die Jahresfavoriten ebenso. Sind auch dabei. Und, äh, ja. So dazu, zu meinem Konto, äh, wer es um Videos geht. Um weitere Informationen werde ich, äh, nochmal dann solche Storytime machen. Wo ich euch dann informiere wieder, was, äh, weiter passiert. Und, ja. Wart ihr mich fragt, woher mein Pullover ist. Mein Pullover, äh, hab ich bei Zenta gekauft. Schon vor drei oder vier Jahren ungefähr. Ist ein Weihnachtspullover. Kann euch nochmal zeigen. Ist dunkelbrau. Hier hat mit, äh, Hund. Und, ja. Ich liebe, äh, diesen Pullover. Hab länger Zeit nicht getragen. Aber, hab mir dann so gedacht. Heute ziehe ich mal. Ja. Ja. Werde euch unten, die Internetseite von Zenta noch schreiben. Die haben jetzt eine totale Reduzierung. Haben viel zu viele Sachen reduziert. Die arbeiten, äh, zusammen mit Only, Veromoda, Quokals und noch ein paar Geschäften. Und, ja. So, dazu, zu diesem Video. Ja. Das war's mit diesem Video von mir hier auf meinem YouTube Channel. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, lässt dir einen Daumen nach oben. Schreibt dir etwas in die Kommentare, was ihr als nächstes wieder sehen wollt. Ähm, abonniert ihr meinen YouTube Channel und aktiviert ihr die Glücke, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Ansonsten danke ich fürs zu sehen. Einen schönen Abend wünsche ich euch noch. Und wir sehen uns dann diesen Samstag mit einem neuen Video von mir hier auf meinem YouTube Channel. Bis dahin. Macht's gut. Passt auf euch gut auf. Und bleibt dir gesund. Ciao.